Retro-Games für unterwegs zum Sammeln? Auf richtigen Modulen mit Verpackung und, mein Gott, Anleitungen? Waaaaah! Willkommen bei Gizmomania! Ich bin der D, das ist Gizmo und heute werfen wir einen Blick auf das Evercade von Blaze Entertainment und klären ab, was ihn handhält für Fans und Sammler von Retro-Spielen so attraktiv macht und ob sich ein Kauf in 2021 noch lohnt. Inzwischen hat man ja wirklich unzählige Möglichkeiten seiner Freude an Retro-Gaming nachzugehen. Emulation auf Handhelds, Mini-Konsolen, Klon-Konsolen, Fire-TV, Ein-Platinen-Rechner, Smartphone, Tablet, PC, Online im Browser und und und. Aber so bequem digitale Spiele-Sammlungen mit dutzenden oder gar hunderten Titeln noch sein mögen, viele Gamer älteren Semesters erinnern sich doch gerne daran, wie es war, vor dem Zocken zuerst mal die Packung eines Spiels zu bewundern und dann ein richtig robustes Spielmodul auszupacken. Ihr wisst schon, so eins, dass man bei Bedarf nach dem Zocken auch mal frustriert in die Ecke pfeffern kann, ohne dass gleich was kaputt geht. Und ja, ich rede von richtigen Spielmodulen, nicht den furzligen Minikarten wie hier von der Nintendo Switch. Auch vor und nach dem Zocken ein paar Minuten in einer echten Anleitung zu schmögern, heutzutage leider ein Ding der Unmöglichkeit. Achja, die gute alte Zeit. Ja eben, dich würde ich manchmal auch gern frustriert in die Ecke pfeffern. Genau an diese guten alten Zeiten wollte Blaze Entertainment wohl anschließen, als sie vergangenes Jahr ihren Handheld Evercade rausgebracht haben. Ihr Anspruch? Ein solider Handheld, der mit coolen Retro-Game-Collections auf echten Modulen samt Box und Anleitung daherkommt und das Herz von Sammlern höher schlagen lässt. Zum Start hat der Handheld bereits 10 Spiele-Module mit insgesamt 122 Titeln im Angebot gehabt. Ein gutes Jahr später sind wir schon bei 20 Modulen und die nächsten stehen schon für November in den Startlöchern. Hier haben wir das aktuelle Premium-Pack. Schauen wir uns an, was alles drin steckt. Das Premium-Pack der Evercade kommt in einer schicken kleinen Box daher und bewirbt darauf natürlich den Handheld selbst sowie die drei enthaltenen Game-Collections von Atari, Interplay und Namco mit insgesamt 37 Spielen. Eine genaue Auflistung der Spiele findet ihr auf der Unterseite der Box. Da seht ihr auf jeden Fall schon mal etliche Klassiker wie Pac-Man, Asteroids, Dig Dark, Adventure, Earthworm Jim und viele weitere. Erwähnt wird auf der Verpackung auch explizit, dass alle Games offiziell von den Publishern lizenziert sind. Das heißt ihr braucht euch im Gegensatz zu den günstigen Handhelds von zum Beispiel Paukiddy oder Embernic keine Gedanken machen, dass sich hier irgendwelche illegalen ROMs auf den Cartridges befinden. Was steckt alles in der Packung? Da haben wir als erstes eine mehrsprachige Kurzanleitung, dann natürlich den Handheld selber. Der hat ein angenehmes Gewicht, den lege ich aber erstmal kurz zur Seite. Ja, das dachte ich mir schon. Der passt farblich aber wirklich toll zu dir, Gizmo. Unter dem Handheld finden wir jedenfalls noch die drei Game-Collections von Atari, Interplay und Namco und natürlich das obligatorische Micro-USB-Ladekabel. Ein USB-Netzteil ist wie so oft leider nicht enthalten, macht aber nichts. Das Netzteil von eurem Smartphone oder Tablet funktioniert genauso und alternativ könnt ihr das Gerät auch an eurem PC oder Laptop aufladen. Der Handheld selber macht einen relativ wertigen Eindruck und hat coolerweise sogar mal Stereo-Speaker. Auch nicht immer selbstverständlich. Schauen wir uns die Controls an. Okay, die fühlen sich recht ordentlich an, also sowohl D-Pad als auch die Front-Buttons. Hm, ich bin eigentlich kein großer Fan von solchen diskartigen D-Pads, aber das hier wirkt relativ gut, muss ich sagen. Auch der Druckpunkt ist sehr angenehm. Uh, die Shoulder-Buttons sind nicht so meins. Der Hub ist für meinen Geschmack einfach zu kurz und das Klicken etwas zu satt. Aber zum Glück dürften die bei den meisten 8- und 16-Bit-Games sowieso kaum zum Einsatz kommen. Oben und unten haben wir dann noch diverse Anschlüsse, die schauen wir uns aber gleich an. Und auf der Rückseite ist natürlich der Modul-Schacht. Keine Ahnung, wie ihr es findet, aber als jemand, der mit einem originalen Gameboy aufgewachsen ist, finde ich es schon sehr cool, mal wieder einen Handheld zu sehen, der so richtig schöne Module benutzt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann werfen wir mal noch einen Blick auf die Gains. Okay, die Verpackung erinnert mich stark an die Boxen vom Master-System oder Mega-Drive, vielleicht ein bisschen kleiner. Das Front-Cover-Design der einzelnen Cases ist auf jeden Fall relativ ähnlich gestaltet. Im Inneren finden wir dann das jeweilige Modul und eine kleine Anleitung, in der für jedes Game ein kleiner Infotext ist. Screenshot und Steuerungsschema zu finden ist. Allerdings nur in Englisch. Klar, das ist natürlich auch nur eine Spar-Version, gerade wenn man es mit den Videospiel-Anleitungen aus den 80ern und 90ern vergleicht. Aber trotzdem ist es saukool, sowas mal wieder zu sehen. Way to go! Auch die Module sind ganz nett gestaltet und haben sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein Label mit Namen und Modulnummer. Findest du? Ja, da hast du sogar irgendwie recht. Legt man die Cartridges nebeneinander, sieht man wirklich, dass auch hier das Cover-Design sehr sehr ähnlich, um nicht zu sagen austauschbar ist. Das hat sich übrigens bei den seither erschienenen Collections auch nicht geändert, wie ihr hier im Beispiel der Data East Collection oder der Double Game Cartridge mit Xeno Crisis und Tanglewood sehen könnt. Ein bisschen schade vielleicht, gerade wenn man das Ganze mit den liebevoll gestalteten Covern von zum Beispiel Game Boy Modulen vergleicht. Hardware-seitig wird das Evercade angetrieben von einem Rockchip RK3128. Das ist ein SoC mit ARM Cortex A7 Quad-Core CPU mit 4x1,2 GHz, ner Mali 400 MP2 GPU sowie 256 MB RAM. Sicherlich kein Powerhouse, aber leistungstechnisch mehr als ausreichend für die 18-Bit-Spiele, die Blaze Entertainment der Evercade spendiert. Der angebaute Akku hat ne Kapazität von 2000 mAh und hält nach Herstellerangaben immerhin ca. 4-5 Stunden. WiFi und Bluetooth gibt's keines, braucht das Gerät unserer Meinung nach aber auch nicht. Zum Einspielen von Firmware-Updates, die Möglichkeit hat Blaze nämlich glücklicherweise geschaffen, könnt ihr einfach das beiliegende USB-Kabel nutzen. Was die Anschlüsse anbelangt, so findet ihr auf der Rückseite natürlich den Slot für die Spielemodule, auf der Unterseite von links nach rechts die Lautstärke-Regelung, einen klassischen 3,5mm Klinkenanschluss für Kopfhörer, Gott sei Dank und natürlich den Micro-USB-Anschluss zum Laden der Evercade bzw. zum Einspielen von Updates. Auf der Oberseite gibt's dann noch den Schieberegler zum Einschalten und coolerweise nen Mini-HDMI-Anschluss. Habt ihr also Bock die Evercade Games mal auf nem großen Monitor oder TV zu zocken, dann hat euch Blaze die Möglichkeit hierfür netterweise eingebaut. Schade allerdings, dass man trotz der Werbung für das Feature auf der Packung keinen Mini-HDMI-Adapter beigelegt hat. Vor allem, weil der verfügbare Platz unserer Meinung nach sogar für nen Full-Size-HDMI-Anschluss gereicht hätte. Den Wunsch, ihre Games an großen Bildschirmen zu zocken, hatten wohl übrigens einige Evercade-Besitzer. Nicht umsonst hat Blaze Entertainment im Frühjahr ne Heimkonsolen-Variante des Systems mit dem Namen Evercade VS angekündigt. Die ist dann ausschließlich für den Einsatz an TVs und Monitoren gedacht und unterstützt bis zu vier Spieler gleichzeitig. Eure bisher gekauften Spiele-Module könnt ihr natürlich weiterverwenden und sogar statt einem gleich zwei davon einlegen. Außerdem werdet ihr den Handheld als zusätzlichen Controller benutzen können. Erscheinen soll die Evercade VS übrigens am 3. November, also abonniert am besten unseren Kanal, damit ihr unsere Videos dazu nicht verpasst. Ja, ja, genug mit den technischen Details. Weiter geht's zum Menü und Software. Unter der Haube handelt sich's bei der Evercade natürlich auch nur um nen Emulationshandheld. Software-Seite kommt dabei ein angepasstes Linux samt Retroarch-Emulationsumgebung sowie ein Custom-Launcher zum Einsatz, über den ihr dann die ROMs von den jeweiligen Spiele-Modulen laden könnt. Letzterer gestaltet sich eher reduziert und liefert euch zu jedem Spiel immerhin Namen, Erscheinungsjahr und Spielart und zudem ein Cover und Screenshot. Sicherlich nicht besonders aufregend. Klar, andere Frontends wie zum Beispiel Launchbox sind hier sehr viel verspielter und aufwendiger gestaltet. Aber gerade für Retro-Games spricht uns persönlich die reduzierte Optik doch irgendwie mehr an. Ein Klick auf den Menü-Button öffnet, ihr ahnt es schon, das Hauptmenü der Evercade. Hier habt ihr Einstellungsmöglichkeiten für das Seitenverhältnis, also Originalgröße oder Fullscreen. Die Displayhelligkeit in drei Stufen. Den Menüton, Gott sei Dank, den stellen wir mal sofort aus. Und die Systemsprache. Zuletzt gibt's noch Copyright und Kundendienstinfos zum jeweils eingelegten Modul. Der erste Eindruck vom Screen ist leider eher durchwachsen. Das ist auf jeden Fall kein laminiertes Display und die Auflösung ist, wie erwartet, niedrig. Letzteres stört uns aber eigentlich gar nicht, denn die pixelige Optik trägt ja sogar irgendwie zum Retro-Charme der Konsole bei. Ja, und die Blickwinkelstabilität ist auch nicht so doll. Von der Seite betrachtet geht's zwar noch relativ gut, wenn man den Screen aber nach oben und unten neigt, gehen die Farben doch leider recht schnell verloren. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich das Display beim Zocken anstellt. Hier kommen die Games. Geräusche. Geräusche. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Um auch den HDMI-Modus der Evercade kurz zu demonstrieren, zeige ich euch die restlichen Games noch per Screen Capture. Drückt ihr übrigens während des Spielens die Menütaste, dann landet ihr im Emulator-Menü des jeweiligen Spiels. Hier könnt ihr wie erwartet den Spielstand speichern oder laden, wofür ihr mehrere Slots zur Verfügung habt, oder das Spiel beenden und zum Hauptmenü zurückkehren. Je nach Spiel gibt es dort aber auch noch ein Einstellungsmenü, in dem ihr Seitenverhältnis, Sprache und Tastenbelegung des jeweiligen Spiels ändern könnt. Untertitelung. BR 2018 Was die Performance der Games anbelangt, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Sämtliche 68-Bit-Games, die wir ausprobiert haben, liefen alle völlig ohne Probleme. Zeit also fürs Finale. Gizmo, mein genialer Gadget-Zeitkick. Deine Bewertung zum Evercade bitte. Gleich vorweg. Das Konzept, das Blaze Entertainment mit der Evercade verfolgt, also Retro-Spiele in Collections auf echte Module zu packen und damit Gamen und Sammeln von Spielen wie früher zu ermöglichen, hat uns voll überzeugt. Trotzdem gibt es leider vor allem am Gerät selber auch Grund zur Kritik. Angefangen im Kleinen, beim Einstecken der Module in den Hand hält. Das gestaltet sich leider häufig als recht frickelige Angelegenheit, was vor allem daran liegt, dass sich der Modulschacht nach oben hin etwas verjüngt und den Modulen beim Ansetzen leider kaum Spiel lässt. Zudem wollte bei unserem Gerät der Wechsel der Module im angeschalteten Zustand manchmal einfach nicht funktionieren. Auch an der Qualität des Displays wurde leider etwas gespart. Wie gesagt, es ist weniger die geringe Auflösung, die uns stört und die ja sogar irgendwie zum Retro-Charme beiträgt, als vielmehr die miese Blickwinkel-Stabilität. Da haben andere Hersteller günstiger Handhelds wie Paukiddy oder Enbanic einfach gezeigt, dass es bei ähnlichen Preisen durchaus möglich ist, vernünftige IPS-Panels zu verbauen. Im Fall der RG350-Modelle oder des RG350-V setzen die Hersteller sogar auf 4 zu 3 Displays, was natürlich noch viel besser zu Retro-Games passt und auch der Evercade gut gestanden hätte. Außerdem fiel uns auf, dass der Screen nicht laminiert ist, also eine Lücke zwischen Schutzglas und Display besteht. Das ist zwar prinzipiell nicht schlimm, begünstigt aber im dümmsten Fall Staubeinschluss, wie das bei unserem Gerät leider der Fall ist. Oh ja, das war allerdings wirklich unnötig. Danke fürs Erinnern. Das Spielen per HDMI an TV und Monitor lief nämlich leider auch nicht einwandfrei. Gleich nach dem Launch schien es hier bereits Probleme mit Bild und Ton über HDMI gegeben zu haben, die Blaze aber inzwischen zuverlässig mit Firmware-Updates behoben hat. Zwei Ärgernisse hatten wir aber leider trotzdem. Zum einen muss man beim Kauf eines Mini-HDMI-Adapters bzw. Kabels höllisch aufpassen, einen mit einem langen HDMI-Stecker zu bekommen. Zu Beginn haben wir unser Glück nämlich mit so einem günstigen Adapter für 2-3 Euro versucht, der auch ansonsten gut funktioniert, nur um festzustellen, dass wir immer Verbindungsabbrüche hatten. Das Problem war bei genauerer Betrachtung schnell gefunden. Bei den meisten Geräten schließen die HDMI-Buchsen plan mit dem Gehäuse nach außen ab. Leider hat Blaze die Mini-HDMI-Buchse beim Evercade jedoch ungewöhnlich tief ins Gehäuse verbaut, sodass dessen Wandstärke für einen zu großen Abstand sorgt, den solch ein normal kurzer Stecker einfach nicht überwinden kann. Nach einiger Suche haben wir aber zum Glück bei eBay ein günstiges Adapterkabel gefunden, mit dem wir zumindest keine Verbindungsprobleme mehr hatten. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum anderen führt ein An- und Abstecken des HDMI-Kabels jedes Mal zum Reset des aktuellen Spiels und ohne vorheriges Speichern damit auch zum Verlust des Spielfortschritts. Zwei ziemlich dumme und unnötige Fehler, die für ordentlich Frust sorgen können. Gerne hätten wir auch einen Blick ins Innere der Evercade geworfen, aber leider hat sich Blaze große Mühe gegeben, das Öffnen des Gehäuses zu verhindern. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass beim Evercade die Ober- und Unterschale einfach nur zusammengeklippt sind und sich mit Hilfe von Öffnungstools einfach auftrennen lassen würden, aber nein. Blaze dachte wohl, es wäre ein tolles Design, die gesamte weiße Faceplate auf die Oberschale zu kleben. Dumm nur, dass sich genau darunter die sechs Schrauben befinden, die Ober- und Unterschale zusammenhalten. Bescheuerte Idee. Jedenfalls ist so eine Designentscheidung natürlich sehr bedauerlich, da es euch kaum möglich sein wird, das Gerät beim Öffnen optisch nicht zu ruinieren und falls ihr darauf keine Lust habt, dann könnt ihr defekte Buttons, D-Pad oder Akku eben einfach nicht austauschen. Ganz klarer Daumen runter hierfür. Auf der positiven Seite steht ansonsten aber ganz klar Formfaktor und Haptik des Evercades. Der Handheld fühlt sich wertig an und auch D-Pad und Buttons machen einen wirklich ordentlichen Eindruck. Auch, dass das Gerät über Stereo-Lautsprecher verfügt, finden wir super. Viele Handhelds setzen leider nach wie vor auf einen Mono-Speaker, den man häufig nur allzu gerne mit dem Daumen verdeckt und das kann hier definitiv nicht passieren. Auch die beworbene Laufzeit von 4-5 Stunden können wir voll bestätigen. Bei gemischtem Gameplay haben wir jedes Mal zwischen 4h20 und 4h35 erreicht. Ein ordentlicher Wert also. Toll finden wir auch, dass Blaze daran gedacht hat, seinem System eine Update-Funktion zu spendieren. Zwar müsst ihr für Firmware-Updates extra ein Programm für Windows 10 herunterladen und euren Evercade per USB-Kabel mit dem PC verbinden, aber nach unserer Erfahrung ist das Ganze in ca. 5-10 Minuten erledigt. Weitaus besser als gar keine Update-Möglichkeit zu haben, was ja leider bei einigen anderen Emulations-Konsolen der Fall ist. Hauptsächlich überzeugt uns aber das Modul-Konzept und der Preis, den Blaze für Handheld und Module gewählt hat. Nicht einfach einen weiteren Emulations-Handheld mit MicroSD-Card und tausenden von Spielen auf den Markt zu werfen, sondern wirklich mal einen neuen oder viel mehr alten Ansatz zu wagen und Fans von Retro-Spielen wieder das zu geben, was sie seit Jahren vermissen. Module zum Anfassen, echte Anleitungen zum Durchblättern und tolle Spielsammlungen würdig zum Sammeln fürs Regal. Die Spiele-Collections selbst sind wirklich durch die Bank alle empfehlenswert. Natürlich hat hier jeder seinen eigenen Geschmack, aber pro Collection ist stets für eine vernünftige Auswahl von Spielen gesorgt. Natürlich ist auch mal die ein oder andere Gurke mit dabei, aber hauptsächlich hat Blaze wirklich lohnenswerte Spiele auf die Module gepackt. Obwohl das Konzept derzeit quasi konkurrenzlos ist, kommt das Evercade zudem zu einem relativ attraktiven Preis daher. Jede Spielsammlung kostet gerade mal 18€, was unserer Meinung nach für ein Retail-Spiel inklusive Boxen-Anleitung wirklich fair ist. Das hier gezeigte Premium-Bundle kostet derzeit etwa 90€ und enthält bereits 3 gute Spiele-Sammlungen im Wert von über 50€. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was ihr eigentlich noch für den Handheld bezahlt. Persönlich hätten wir uns gewünscht, dass Blaze vielleicht 20€ mehr verlangt hätte und wir dafür ein besseres Display samt Gehäusedesign bekommen hätten. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht bei einer zweiten Version des Handhelds noch werden. Trotzdem ist das Evercade für den aufgerufenen Preis ein ordentliches Gerät mit interessantem Konzept, an dem gerade Retro-Gamer und Sammler von Retail-Spielen durchaus ihre Freude haben werden. Und wenn ihr mehr zum Thema Retro-Games für zu Hause sehen wollt, dann schaut euch unbedingt unser Review zum Super-Retrocade an oder werft einen Blick in unser Video zur Retro-N3 HD, der 3-in-1-Konsole für NES, SNES und Mega Drive. Ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, liked und subscribed, wenn euch das Video gefallen hat und wie immer gilt. They're so Erfahrbar.